Hallo, wir sind in einem großen Einkaufszentrum. Juhu! Ich gehe in den Spielsalon. Arseni liebt Videospiele. Da gibt's LOLs. Diese LOL-Puppe finde ich klasse. Wow, dieses Spielset gefällt mir auch. Das ist ein LOL-Haus. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Oh mein Gott! Arseni! Arseni! Was ist denn? Ich möchte eine große LOL-Puppe. Äh, nein. Okay. Juhu! 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 Oh, wie schön. Ja!